Der Mainzer Weg, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Martin Schmidt und nun also Sandro Schwarz. Wieder setzen Mainz auf einen Trainer aus dem eigenen Nachwuchs. Sensationell, weil alle Großartiges geleistet haben. Wenn du überlegst, Kloppo angefangen, vom Spieler zum Trainer, Top-Arbeit abgeliefert, den ganzen Verein so entwickelt dann auch und dann die inhaltliche Arbeit mit dem Thomas, der neue Elemente reingebracht hat, Martin, der das Ganze nochmal erfrischt hat, dann auch nochmal in diesen zweieinhalb Jahren und dieser Weg wird dann auch fortgesetzt mit meiner Ansprache, mit unserer Idee von Fußball, um das ganze Ding weiterzuentwickeln, was Mainz 05 betrifft. Klopp und Tuchel gratulierten bereits per SMS und mit Vorgänger Schmidt gab es schon einen Austausch am Telefon. Jetzt hier sitzen zu dürfen ist für mich eine große Ehre. Es ist eine Chance, die sich so anfühlt mit sehr viel Dankbarkeit, mit sehr viel Stolz gegenüber diesem Klub. Schon in der Jugend und später bei den Profis druck er das Trikot der Mainzer. Neun Jahre. Seit 2013 ist der 38-Jährige als Trainer im Nachwuchs der 05er tätig. Bis zum heutigen Tag. Schwarz folgt auf Schmidt. Sein Vertrag läuft bis 2020. Er verkörpert Mainz 05. Ich glaube, das ist nichts Neues. Das kannst du mit jeder Aussage, mit jeder Begegnung spüren und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Aufbruch, wir brauchen diesen Impuls. Wir brauchen auch zu dem ganzen Leidenschaftlichen eine gewisse taktische Finesse, die Sandro mitbringt, das Spiel auch zu lesen. Und ich glaube, das ist eine Situation, die absolut uns auch überzeugt hat, diesen Weg mit Sandro zu gehen. Und ich sage, Sandro ist Mainz und 05 und das ist, glaube ich, das Entscheidende mit all seinen Qualitäten. Sandro Schwarz, bisher Liga 3 mit der U23, jetzt also Bundesliga. Klar ist es nochmal eine andere Hausnummer, was dann Bundesliga betrifft. Ich merke es ja heute auch schon mit der ersten PK. Das ist halt eine andere Hausnummer, als wenn du bei der U23 vorgestellt wirst und als U23-Trainer in der dritten Liga. Das ist ja klar. Und trotz allem finde ich Matchpläne, Trainingsrhythmus, Belastungssteuerung, mein Coaching-Verhalten, das müsste ich vielleicht ein bisschen reduzieren, weil da ein Väter offizieller steht. Das ist der Unterschied zu der dritten Liga. Aber ansonsten ändert sich da nicht viel, aber er riesigt die Vorfreude auf das, was kommt, klar.